Okay, Leute. Weitere 20 plus Minuten Advance Wars 2. Und ja, okay, wir waren ja schon fertig. Stimmt ja, ich wollte ja noch ein bisschen sparen. Oh Gott, ey. Das ist ja echt... Also wir kommen in ganz kleinen Schritten voran. Der Typ macht es uns nicht gerade einfach. Und ich habe echt Angst, dass... Oh man, oh man, oh man. Was macht der denn? Ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß nur, dass er mich hier langsam aber sicher fertig macht. Oh, Hallöchen. Oh, wer kommt denn da? Okay, lass mich in Ruhe. Okay, ich bin wieder dran. Oh, der Raketenwerfer ist wieder komplett restored. Ich merke das schon. So, dann den jetzt aber mal endgültig wegballern. Boom, boom, boom. So, weggerotzt. Da, 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 da. So, man hat echt Angst. Man kann hier nur so was hinfahren. Weil hier gleich Polen offen ist. Ihr wisst schon. So, warten. So, der greift einfach trotzdem mal an. Einfach nur ein bisschen Damage machen. Ist doch geil. Boom. Oh, ein Fall ausgelöscht. Scheiße, sie haben Frank erwischt. Tja, das ist nun mal der Sinn der Sache. Okay. Ah, und unten geht es wieder wie die aussehen. Die haben volle Regenmäntel an. Dum, dum, dum. So, alles klar, man. Oh, ich habe aber so wenig Geld. Das ist nicht so cool. Hey, ich konnte den hier angreifen. Aber nein, der ist näher dran, mein Dings einzunehmen. Und da habe ich keinen Bock. Ich sollte das mit, mit Drake auch sparen. Ist auch ja nicht so einfach. Wenn der hier einfach, äh, ja. Hä? Wenn der kein Geld kriegt. So, was ist denn jetzt hier? Kommen wir jetzt hier gleich echt so einen Typen an. Wie sollt ihr denn hier? Hätte ich, ich hätte. Okay. Vielleicht war es ja wirklich so geplant, dass ich das Landeboot vom Anfang hier runter schlängel. Na, was heißt runter? Das Landeboot hätte eventuell echt bis hier durchfahren können. Gerade durchweg, ja. Und dann, hier hätte ich eine Menschheit drauf gemacht. Hätte vielleicht den Hafen hier versucht einzunehmen. Das wäre vielleicht eine bessere Strategie gewesen. Dass ich halt, ey, das wäre doch gewesen, Alter. Da wäre ich mit dem Landeboot, ähm, einen kleinen Jagdpanzer und einen Menschen hier angelegt, in den Wald reingepackt. Dann kann er die erstmal gar nicht mehr sehen. Und er hat sich erstmal abgewartet, was passiert, wenn er nicht eingenommen. Ach, Mann, ey. Das wäre so schön gekommen. Aber jetzt ist alles zu spät. Jetzt geht nix mehr, bitte. Äh, auftauchen. So, was ist hier? So, die da oben. Ich weiß gar nicht, was die da oben machen. Äh, na, ich sehe auch nix. Ich kann nix sehen. Das kann doch nicht so weiter gehen. Ich sehe nix. So, nur für den Fall der Fälle. U-Boot steht bereit. So, ähm, ja. Zack. Ach, Mann, ich kann so wenig machen. So richtig wenig kann ich nur machen. So, ich kann ihn in den Wald stellen. Aber ist er erinnern? Ja, er ist niemand. Und weggehauen seinen Jagdpanzer. Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba. Leute, ich finde mich irgendwie komisch. Ich glaube nicht, dass wir das hier packen. dass es ewig dauern wird von seiner Dummgabe, ey, da macht der alles immer zu nicht, der hat einen neuen Titan-Panzer gebaut, ist klar immer Bau, du Ola Sack ja, das kann ich ja nicht mal angreifen weil ich den schützen muss der da einnimmt so, aber ich kann mir jetzt, glaube ich mit Kambai kann ich mir jetzt, glaube ich, was Fettes kaufen oder? Hoffentlich so, steh ich den mal hier hin der kann jetzt, der kann jetzt schon nicht mehr so weit fahren, okay, gut dann, ähm, oder halt ja, mache ich, mache ich, finischen finischen, eine Einheit ich verliere hier sowieso Kopf und Kragen ich glaube echt, ich habe das vermasselt, ich hätte darauf kommen müssen am Anfang, dass dieses Landeboot wichtig war, wir haben ein Landeboot hier, das war, glaube ich, um es wichtig, hier hinzufahren schnell abzuholen und zurückzufahren und dann die Raketensilos jetzt, wo du drüber nachdenken, ist ja total einfach das ist ja super locker geklappt so, okay, dann ähm, Titan-Panzer, jetzt aber dann kommt er noch mit seiner Gabe an aber ist ja auch nicht so schlimm heil mich ja, er wurde gerade erst gebaut, ne so, jetzt bin ich ja wieder gespannt oh, ouch, oh, da haben wir Schlachtschiffe, ey aber er kann sie nicht vernichten doch, kann er, verdammt ey, die Wälder müssen voller Raketen mehr vor, dann muss ich bald sein, ey das macht doch so keinen Spaß doch irgendwie macht's schon Spaß jetzt sehe ich nichts mehr, verdammt oh, nein, ich hab so Angst hmm, swing, swing so, ich hab 11.000 davon kann ich mir auch den Blumentopf holen verdammt so, ich kann hier mal wissen, mal bisschen schwächen um kann Bayer ein bisschen zu entlasten oh, nein, oh, voll vor's Hecke ballert ja, was machen wir jetzt hier jetzt für hübschen ähm, abballern ah, ne, ich würd gern den Titan-Panzer abballern das wär sogar noch netter aber es geht nicht Titan-Panzer abballern geht nicht so, hui äh, erstmal heilen schafft er doch noch, oder? oder stimmt jetzt gleich warte mal sinkt der jetzt halt? okay, sicher ist sicher so, okay und jetzt mal hier wieder ein bisschen tauchen und da hinten seh ich doch was was du nicht siehst haha so, der macht sich auch langsam auf den Weg ja Alter, wie, wie am Arsch ich hier einfach bin so, was soll ich jetzt mit ihm hier machen? ich, äh, ich ich muss den Titan-Panzer angreifen weil ich komm da nicht durch mann stirb, mann dumm, 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 dumm so hm, 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 hm sind ja alles gerade sehr krasse Verzweiflungstaten man merkt's vielleicht so ein bisschen ah, das ist doch scheiße soll ich mal versuchen, jetzt hier langzufahren das ist ja, warte, ich mach das einfach mal eiskalt oh, Hallöchen hallo, nein okay, der kann mich ja nicht treffen aber was ist, wenn jetzt hier alles voller Jagdpanzer äh, alles voller Raketenwerfer stehen würde ich glaube, das würde mein armes Herz nicht verkraften aber okay, das heißt, wir fahren hier erstmal wieder lang machen ein bisschen mehr Sicht hier wie so ein Punk okay okay, er hat noch äh, ein Schuss super richtig super äh, das ist ja echt für den Arsch gerade hm könnte sein, dass wir die Mission normal machen müssen dann aber wie immer, ne ohne Animation so, okay, was soll ich jetzt hier wenn ich den jetzt hier sehe hui, guck mal ein Titanpanzer super toll, ne ich scheiß mir die Hosen hey, jetzt ist nochmal positiv wir haben schon ein so ein Ding eingenommen und das müsste ich schaffen 8% oder war das eine 0? äh es war anscheinend eine 0 du 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 super jetzt hat er okay, der hat null Munition er muss auf seine Sekundarwaffen zurückgreifen und ich baller hier einfach mal wild oh, Raketenwerfer ob ich durch den Wald komme? ne so weit kann meine Mechanheit nicht laufen verdammt aber gleich du 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 ach, ich bin ja sowieso nicht im Radius drin aber alles andere dafür ach, Mensch ey das gibt's nicht Titanpanzer wir brauchen dich deine Hilfe ist übelst wichtig so, ne spare ich jetzt wieder am Bau beim nächsten Mal hier was fettet so, wen wird er angreifen? hm, alle wie ich ihn kenne greift er einfach alles an so, aber kann bei macht er hier gut gerade Boden wieder gut wenn man so schön sagt er macht gut Boden gut äh oder so ähnlich ihr wisst schon Fachjargon ouch gut, der hatte eindeutig mehrere Raketenwerfer oder Artillerie oder ouch dumm, 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 dumm das kann ich auch ein bisschen mit meinem Dings ihn ey, komm ey, greif jetzt nicht an das wäre geil äh 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 das wäre jetzt echt der Witz des Jahres, Alter wenn ich da jetzt sicher ballern kann okay, ich kann anscheinend sicher ballern so, erreiche ich eigentlich von der Stelle aus beide ne, die da hinten bestimmt nicht, oder? ne, natürlich um ein Feld genau nicht bam so, dann greife ich mal hier an so, das war's einmal hätte ich angreifen habe ich angreifen können das ist super so hau mal den mal eine rein bumm, 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 bumm da, 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 da oh yeah da, 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 da so, man, was willst du denn da, 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 da okay, 15 Schaden ist besser als nichts besser als nichts so, sogar einen Panzer weggehauen alter, jetzt sind wir trotzdem vier ab ist schon klar so, ein Landeboot bauen wofür denn? na, um jetzt vielleicht die Taktik zu machen naja, jetzt hat er da schon so viele Dinger da das kann ich vergessen aber ich könnte mich mal hier heilen ne Runde so, Hallöchen okay, das, das war's mit ihm fast hätte er seine Gabe voll aber eben nur fast kriegt nicht nur irgendwie einen abgeballert ist hier einer im Wald drin nö ist hier einer im Wald nö kann man muss da auch in einem Wald sein na, die sind alle nicht mehr im Wald alle ausgebildert okay, wenn hier aber keiner ist, die nicht gefährden muss kann ich mich auch hier entstellen so das ist schon mal, ist schon mal gut okay, warten da, Leute, also spielt es mal wirklich so wenn ihr das hier zockt Landeboot nehmen runter Menschheit aufladen immer schön durch die Riffe und dann kann man hier ja schön was zünden hätte die Sache, glaube ich, deutlich einfacher gemacht und ein bisschen verschneller hat so, was macht denn jetzt hier ich gucke ich gucke doch nur so, ich tauche mal hier so nichts zu sehen okay, kann bei jetzt liegt's an dir Du bist doch hier der Held von allen, Mann. So, warte mal. Reicht nicht irgendwie sogar der aus? Yeah, da geil. Nimm vielleicht gleich noch die zweite Basis ein, wisst ihr? Jedenfalls versuche ich's. So, der ist ja hier fertig. So, nimmt ein. Titan-Panzer kommt. Ah, warte mal, wisst ihr? Warte mal, warte mal. Der Typ. Ja, toll. Ja, dann setze ich den an die Hälte. Ich würde ja was bauen. Kampfpanzer. Dann muss ich den jetzt leider erstmal hier hochstellen, weil wenn der jetzt gleich angreift, dann... Ja, wäre es halt scheiße, wenn er mich jetzt überrascht und dann wieder mit einem geschwächten Titan-Panzer unterwegs bin. So, mhm. Aber wenn er mich jetzt schwächt, der steht gleich auf einer Festung und dann wird erstmal ordentlich gepusht. So, dann mach ich den hier noch fertig. Und dann will ich vielleicht mal da oben in die Wälder fahren und gucken, wo da was steht. Was da für den Arsch da rumballert. Ein Raketenwerfer ist ja jetzt zum Glück weg. Aber hier irgendwo ist noch einer. Ah, ich weiß nicht, wo ich gucken soll. Ich hab Angst zu gucken. Ich fahr in den Wald. Ja, toll. Bringt ja viel. Äh, ich fahr hier in den Wald. Hui! So. Ach man, ist das nicht wunderschön? Und ich könnte jetzt auch mal seine normale Gabe einsetzen. Wegen Fett angreifen und so. Okay, was macht er? Setzt er normale Gabe ein? Nein, er wartet. Okay, er rollt seine Panzer wieder hoch. Das hat uns, glaube ich, ein bisschen gut Zeit geschafft, dass wir die so geschwächt haben. Die ollen Dinger da. Ja, jetzt kommt er wieder an die Fahne. So. Okay, dankeschön. Dann fährst du jetzt wieder zurück zum, zum, zum Hafen und lässt seine Munition wieder auffüllen. Und dann machen wir gleich das Spiel nochmal. So, hier ist es natürlich auch, du Scheiße. Äh, was wollt ihr denn von mir? So, tschüss, Mann, Alter. Oder Titan-Panzer? Den zweiten Titan-Panzer hat er auch nie gemacht. Okay. Was auch heißt, ein mächtiger Gabenschub für den Tupen. Oh, und für mich. Yeah! Nun zeige ich dir, wie die Dinge stehen. Oder so ähnlich. Sorry. Ich weiß nicht, ich überspringe die Dinge immer, wo wir noch gar nicht alle gelesen haben. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh, shit. Bam, 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 bam. Da kann man doch richtig schön sehen, wo die Einheiten stehen. Voll geil. Und es regnet. Hier steht also irgendwo einer. Gut zu wissen. Den gucke ich mir jetzt mal an. Hm? Nee, da nicht. Okay, da war keiner. Ein TP wäre jetzt hier auch cool. Am Strand hier so ein bisschen. Oh, da war ein Raketenwerfer. Raketenwerfer. Würzig mal eingepackt. Oh, ey, sie müssen wir hinter mir haben. Ey, die ist echt. Ja, die ist so ein bisschen anstrengend. Man muss sich auch so viel achten, ey. Und man hat so viel die Arschkarte gezogen. Viel zu oft die Arschkarte gezogen. Den krieg ich noch weg hier. Und dann nehm ich nur weiter ein. Da, 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 da. Boom. So. Yeah. Oder auch nicht, yeah. Dann halt nicht, man. Da, 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 da. Halt. Ähm, halt, 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 halt. So. Ja. Der Mensch, da ist mir egal. Dieser Buster kann jetzt nicht mehr ballern. Doch, kann er noch. Der Mensch ist mir da. Aber egal. Ich mach ihn down. So. Okay. Jetzt haben wir erstmal hier wirklich wieder einen guten Lauf hier. So, dann ballert der noch hier rum. Los, baller rum. Dumm, 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 boing, boing, boing. Okay. Nicht wirklich viel, aber wenigstens etwas hier. Ganz würdig halt... Ja, ich würde den wieder entstehen lassen. Wenn er setzt jetzt gleich seine Special Gabe ein. Und der genauso. Ja, der bleibt... Die bleiben alle da stehen. Die müssen sich sofort wieder heilen können. So, jetzt geht's los hier. Oh, nee, noch nicht. Immer noch nicht. Der macht doch noch nicht seine Special Gabe. Oh, hab ich überhaupt da oben hingeballert? Scheiße. Ich hab mich da oben hingeballert mit Drake. Verdammt. Jetzt bin ich gespannt, was er da oben jetzt hinbaut. Okay, der hat schon den nächsten Fernangreifer da irgendwo... Oh Gott, ey. Hui, er ist wieder hell. Okay. Okay, so, na dann. Zack, das gibt jetzt schon... Erstmal schön Heilung hier. So. Ich hab jetzt echt hier... Vergess die Umruhe zu ballern, das gibt's doch nicht. Aber warte mal, wo sind die jetzt hin? Wo sind die denn hin? Wo seid ihr denn? Ah, die sind voll weg. Warte, wo sind die hin? Hallo. Nicht... Nicht witzig, Mann. Das ist aber nicht cool. Hey, da unten ist einer. Ein angeschlagener. Und den kann ich nicht angreifen. Hm? 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 Immer wieder auftauchen. Äh. Okay. Und der lebt der immer noch, der olle Einer. Der denkt, die mal in die Wälder gucken. Da, 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 da. Der Raketenwerfer. Jetzt bloß nicht vergessen, den Klein. So. Hier war immer noch der eine Kunde hier, ne? Ja. Aber das macht ja nichts. Und wenn ich hier mit meinem Schlachtschiff hinkomme und den hier abballern kann, dann ist ja wieder der Weg hier durch die Riffe frei. Und dann besteht wieder Hoffnung. Hoffnung! So. Ach, was soll ich nur machen? Warte mal, der hat doch immer noch nicht seine Special-Gabe gemacht, ne? Nee, aber gleich hat er die voll, ey. Ach, Mann, so ne Scheiße. Aber wir haben uns eingenommen. So, 60 Schaden machen. Alles weghauen. Warum dauert das hier nur so lange? Ich weiß es doch auch nicht. So, ja, dann komm jetzt. Hier in den Wald. Du, du, dum, dum. Hier irgendwo muss ein... Jetzt mal, der ist da. Nee, ist er nicht. Scheiße, Mann. Ey, das darf nicht wahr sein. Der olle Typ, ey. Oh nein, oh! Der hat gesessen. Du, du, du. Aber kriegst du auch die Power hier gebacken, Mann. Feuer! Okay. Da, da, da. So, dann baue ich mal gleich noch ein Ding hinterher. Ja, und der muss ja jetzt auch... Das macht er doch genau seine Gabel. Oder nicht? Er ist immer noch nicht voll. Ja, aber wenn er jetzt voll wird, dann macht er die trotzdem, weil es ist egal jetzt. Ist egal. So. Okay. Leg los, mein Freund. Mein Freundchen. Du, oder? Sack du, Alter. Du, 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 du. So, jetzt kommen hier wieder welche Panzer an die fahren. Ich finde ja schon Angstzustände. So. Autsch, okay. Er kann nichts bauen. Jetzt ist er voll... Ja, das ist so scheiße, ey. Grüß die Unterwild, Mann. Oh nein. Ist Mavu wirklich toll. Mavu wirklich, ey. Der fiese Arsch. Oh, oh, oh. Die werden immer schwächer, ey. Scheiße. Au, 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 au. Oh Gott. Das war krass. Ja. Schöne Scheiße. Da, 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 da. Na, mal. Gerade hierbei schön aufzuleveln hier. Alles wieder für den Arsch. So, na dann. Geh du schon mal weiter gucken. Was hier abgeht. Und ich weiß ja, dass ich mir hier hinfahren kann. So. Der heilt sich mal noch eine Runde. Das habe ich aber nicht... Oh, doch. Okay, das war auch für den Arsch. Aber das macht so viel kaputt denn wieder, ey. So. Geil. Wir sind halt den abballern. Ein bisschen mithelfen. Das Kambai gleich einnimmt. So. Wichtig war echt nur für Drake hier halt der Hafen. So, weil das sind jetzt hier. Hier ist doch gar keine Sau. Oder verstecken die sich hier irgendwo. Hallo. Weil das ist ja natürlich gleich dauernd. Äh, er hat nur noch zehn Spriteinheiten. Also lieber ein bisschen nachtanken hier. So. Ähm. Hier ist aber keiner. Und den nicht. Oder ist das jetzt hier in einem Wald? Nö. So, ich will da unten. Ja. Deinächstes Mal greife ich dann das Ding da an. Okay. Der lebt immer noch der scheiß Gildepatzer hier. Also ist hier einer jetzt... Aha! Eine Artillerie ist das. Mit kaum Sprit noch. Aber trotzdem noch sieben Schuss. Gut. Kann bei. Bitte. Walte deines Amtes. Hm. Du, du, du. Alter, das reicht's. Ja, toll. Ist die schöne Gabe, wisst du? Und ich kann nichts machen, ey. Obwohl, natürlich werden ja auch natürlich seine Defensivwerte verstärkt. Durch sowas. Aber das bringt doch nichts. Zumal jetzt hier gar nicht groß, äh, im Kommen ist der Typ. Wir haben ihn jetzt hier voll weggeputzt. So. Dann bauen wir hier einfach... Ja, Menscheneinheiten wäre jetzt... Wäre jetzt sehr cool. Aber das ist mir nicht vergönnt. Ich greife einfach den an mit sechs Schaden. Fupp. Äh, okay. Also, nee. Das war jetzt nicht so cool. Da, da, da. Oh, Mann. Ey, okay. Drei Züge wird das dauern. Das auch. Ah, hier. Das heilen. Äh, was machst du? Kannst an die Ocke abhauen und heulen. So. Was brauche ich jetzt hier hin? Jagdpanzer. Jo. Ist doch ein Mensch. Der muss nach oben. In einem TTP geht nicht mehr. Den brauche ich noch ein Mensch. So. Alles klar. Leute, der padd ist schon wieder vorbei. Alter, wie schnell das geht. Ich zocke ja einfach immer so und dann ist der padd zack vorbei. Tja. So. Aber ich bin immer noch... Ich bin immer noch gut dabei. Eingeschützt ist bald down. Eins einer eulen dummen Schütze da. Weil er nichts gegen mein Schlachtschiff da unten macht. So. Mein kann ja nicht mehr viel machen. Oh, das ganze Geld wieder weg, ey. Das war teuer. So. Ähm. Bams. Sehr gut. Einmal noch. So. Was ist hier inzwischen los? Hier so. Hm? Lischt. Okay. Dann kannst du ja mal auch langsam losfahren. Ha. Okay. Aber Leute, das war's für heute wieder. Da-dam-dam-dam-dam-dam. Ja. Würde ich mal behaupten. Einfach nochmal weiter Schaden hier machen. Hopp. Oh. Naja. Hm. It's something. Okay. Was ist hier oben los? Hier oben traut sich gar keiner mehr her, oder was? Anscheinend nicht. So. Der kann hier... Wie weit hier... Ups. Äh. So weit ballern. Okay. Das heißt, ich komme mal einen Schritt näher. Auf Tuchfühlung. Äh. So. Zack. Okay. Und, äh. Ich will wieder ein paar fette Einheiten haben. Hui. Cool, Mann. So. Irgendwas fettes bauen. Nein. U-Boot-Kreuzer bräuchte ich nicht. Und dann spare ich mal mit Drake. Und... Ah. Ich will immer noch weiterzocken, ey. Das ist so geil. So. Jetzt will ich eine Special-Gabe, die aber nichts bringt. Ich meine, was... Was soll ich machen? Ich kann ja nicht da hochfahren. Bringt da gar nichts. Ich muss hier erstmal schleichen. Richtig schön von Wald zu Wald. So, Mann. Alter. So muss das sein. Ich fahre hin, besenktes Schwein. Dadam. Dadadadam. Okay. Kann da hier nichts bauen. Menschen nach oben. Da bist du eh, die auch wieder da sind. Zum einen hat er wieder den einen Schaden abgezockt. Das ist ja so fies. Fies, Mann. Hey, den Flak. Ist ja auch nicht so verkehrt. So, hier nochmal. Nochmal einen abziehen. Vielleicht habe ich Glück, Mann. Fump. Mh. Nö. La, la, la. La, la, la. So, ja. Was soll ich mit der scheiß Gabe? Hier ist ja keiner mehr. Mann. So. Was macht er jetzt? Nichts. Er zieht sich zurück. Okay. Aber ich höre auch irgendwie, der Panzer, die Panzer rollen. Aber es ist ja so eine Lame-Panzer. Der kann ja eigentlich viel mitmachen. So. Ein Geschütz, mich nach Daunen machen. Das ist der Fahrt zu Ende. Endlich hier. Zack. Ein Geschütz, Daunen gemacht. Und ich habe ganz kurz hier Einheiten gesehen. Ganz kurz. In dem Wackeln. So. Ein Geschütz ist sehr, sehr souverän. Daunen gemacht. Das ist ja wieder ein bisschen mehr Platz. Ähm. Ich baue ja. So. Geht ja gar nicht. So. Dann fahr du mal hier hin. Kannst du mich nicht erwischen. Du, 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 du. So. Die Wälder kann ich eh leider nicht gucken. Okay. Leute. Jetzt muss ich aber aufhören. Ja. Das war es für heute. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Wir sind es beim nächsten Mal wieder mit Canvai. Ist wieder dran. Denn. Kann ich irgendwie. Warum haut ihr alle ab? Wollt ihr mich verarschen? Kommt hier her. Wo seid ihr denn? Hallo. Da oben bist du. Natürlich ganz genau so gemacht, dass ich da nicht mehr treffe. So. Dann halt. Hier hin. So. Nochmal. Feuer. Fump. Hm. Hm. Okay. Jetzt ist aber Schluss jetzt hier. Ich will weiter zocken. Ich will ihn hier platt machen. Jetzt wo ich gerade am übernehmen bin. Hm. So. Wir sind wieder dran. Und. Ähm. Yeah. Und. Yeah. Wieder was richtig Geist zum Bauen. Jetzt ist er doch voll am Arsch. Also würde ich es nicht besser wissen. So. Dann fang mal hier hin. Hau den echt mal weg hier, die olle Sau. So. Okay. Super. Jetzt bin ich hier überhaupt nicht mehr in Gefahr. Jetzt ist hier alles cool. Ich kann hier alles nacheinander einnehmen. Sogar einen Panzer in der Rückhand im Wald verstecken. Genauso wie einen Titan-Panzer. Und einen Flak. Hui. So. Geil. Hm. Ich glaube das schaffen wir aber. Das reicht aber Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part hier bei Advance Wars 2. Gegen Maverick. Den euren Spinner mit dem Sidecut. Ciao. Ciao.